Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich dir, wie du das Flammenrätsel in Lossom in Remnant 2 lösen kannst. Und mit diesen Worten erkläre ich dir jetzt direkt als nächstes, wie du auf dieses optionale Event treffen kannst. Hierfür begibst du dich nach Lossom und von welchem Startpunkt du ausbeginnst, spielt hierbei übrigens keine Rolle. Obwohl alles in Remnant 2 nach dem Zufallsprinzip abläuft, war es bei mir bislang immer so, dass ich das Fackelrätsel immer in demselben Dungeon finden konnte, wo auch der Bossfight gegen den Roten Prinzen oder den jetzt zu sehenden Gegner stattfindet. Den Roten Prinzen kannst du in der vergoldeten Kammer antreffen und den anderen Kollegen in der Säulenhalle der Skrupellosigkeit. Solltest du als Startgebiet die Gemeinde Morrow erhalten haben, triffst du automatisch im Laufe des primären Zieles auf einen der beiden Bosse. Sollte bei dir aber der Palaster Startgebiet sein, kannst du einen der beiden Bosse hinter einer der runden Türen finden. Und mit diesen Worten zeige ich dir jetzt direkt als nächstes, wie du dieses Rätsel lösen kannst. Hierbei ist es aber wichtig zu wissen, dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob du dieses Rätsel in der vergoldeten Kammer oder in der Säulenhalle der Skrupellosigkeit absolvierst. Denn der Loot bleibt hierbei immer gleich. Dennoch gibt es aber insgesamt zwei Lootmöglichkeiten. Für die erste Möglichkeit musst du dafür sorgen, dass alle Flammen die Farbe Blau besitzen und dadurch erhältst du dann den jetzt zu sehenden Ring als Belohnung. Und wie du das schaffst, zeige ich dir jetzt direkt als nächstes im Video. Wir werden mal zusammen versch 2050 insöl. Überwachen Für die erste glad akkor ist es aber vender. Sollte jede VERBER Und wer diesen Bye Бau Das war's für heute. Das war's für heute. Dabei aber zu wissen, dass du pro Run nur einen Ring erhalten kannst. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ciao.